Ein Mittelmeertief ist ein Tiefdruckgebiet im Mittelmeerraum. Je nach Lage des Kerns wird es auch Balearentief, Genuatief oder Adriatief genannt. Eine VB-Wetterlage ist gekennzeichnet durch die Zugbahn eines Tiefdruckgebietes von Italien über die Poebene oder Nordadria hinweg nordostwärts. Die als VB-bekannte Zugbahn wurde von Wilhelm dem Jakob von Bebe 1891 deklariert und mit dieser Notation in das System der Großwetterlagen. Integriert Der Begriff der VB-Großwetterlage wird heute noch verwendet, weil die modernere deutsche Großwettertypologie nach Hess-Brasowski die Aktionszentren des Mittelmeerraumes unzulänglich berücksichtigt. Mit VA wurde nach Bebe die Zugbahn bis Kaya-Spanien, Frankreich-Ligurien bezeichnet. Eine VC-Wetterlage entspricht einem Adriatief, das nach Osten Richtung Balkan abzieht und dort zu einem Balkan tief wird. Eine VD-Wetterlage bezeichnet ein nach Südosten abziehendes System. Die Bezeichnungen VA, VC und VD sind in der heutigen Meteorologie allerdings nicht mehr gebräuchlich. Grundlagen Das VBA-Tief entsteht durch einen Kaltluftvorstoß über Frankreich in das westliche Mittelmeer, häufig in Verbindung mit einer Nordwestwetterlage. Mit Bildung eines Tiefs im westlichen Mittelmeerraum oder durch einen von England oder der Biscaya über Frankreich südwärts geschobenen Tiefkern, der südlich der Alpen weiterzieht. Liegt der Aktionsgern über dem Mittelmeerraum, gleiten die dortigen feuchtwarmen oder über der Sahara überhitzten Luftmassen auf der Vorderseite des Tiefdruckgebietes auf die in Zentraleuropa, der nördlicheren Zonen am Boden liegende Kaltluft auf. Weil eine südliche Strömung mit hohen Lufttemperaturen viel Feuchtigkeit transportieren kann, führt dies zu teils lang anhaltenden Niederschlagsphasen, die in Staubereichen an den Alpen und höheren Mittelgebirgen auch recht ergiebig sein können und Hochwässer oder abnorme Schneemengen mit Lawinengefahr verursachen. Im Raum des östlichen Mittelmeeres wird trockene, warme Sahara-Luft gegen Südosteuropa gesteuert und führt dort zu übersteigerter Wärme. Das Windereignis wird Scirocco genannt. Vor der Frontlinie des heranziehenden Mittelmeertiefs können sich Sahara-Staubereignisse bis auf Mitteleuropa ausweiten. Nördlich der Alpen begleiten abnormale Föhnereignisse die Mittelmeertiefs, wenn die Niederschläge an der Alpensüdseite abregnen. Typologie der Mittelmeertiefs Das Mittelmeertief gehört zu den klassischen Aktionszentren des europäischen Wettergeschehens. Die Entstehungsfälle der Mittelmeertiefs sind Zum einen ein zentrales Nordatlantiktief, das über die Biscaya und die Midi ohne Schneise zwischen Alpen und Pyrenäen in das westliche Mittelmeer zieht. Oder ein Tiefkern, das sich über dem Golfe-Dulein oder dem Ligurischen Meer bildet, meist durch polaren Kaltlufteinbruch entlang des Rhone-Tals. Oder durch Föhn-Effekte an den Südalpen in Kombination mit warmen Südwinden, so etwa die Situation Tramontaner Chirocco vor Ligurien. So wie über die iberische Halbinsel südlich der Pyrenäen oder gar die Meerenge von Gibraltar in den Mittelmeerraum einwandernde sehr südliche Nordatlantiktiefs. Im östlichen Mittelmeer, das auf allen Seiten von Gebirgen gegen Strömungen abgeriegelt ist, bilden sich keine Tiefkerne mehr. Die Vorwetterlage wird in ihrer Frühphase meist allgemein Mittelmeertief genannt. Ein Balearentief liegt im westlichen Mittelmeerraum im Raum der Balearen. Es kann auch eine Zeit lang stationär bleiben und sorgt dann besonders im Herbst für die Niederschläge im Nordosten Spaniens. Besonders in Katalonien und dem französischen Midi. Ein Genuatief im eigentlichen Sinne ist eine Sonderform, die sich mit Tiefdruckkern im Golf von Genua zuerst am Appinnen und dann im Alpenbogen verhängt und über dem Piemont, dem Wallis und den West- und Südalpen abregnet oder schneit. Bei starkem Föhn in den Nordalpen. Hauptbetroffen ist dann die Poebene bis in die Alpentäler vom A-Ostertal, die oberitalienischen Seen, Südtirol bis in das Klagenfurt. Bei überschlagen über den Alpenhaupt kam auch das Tessin oder das Oberrheingebiet. Ein Atriativ, das also über den Appinnen an die Atria gesprungen ist oder sich erst dort bildet, folgt im Allgemeinen der klassischen Zugbahn nord-ost-ost- oder südostwärts. Mittelmeertiefs bilden nicht unbedingt eine ostwärtsabziehende Bahn aus, sondern können auch im Raum um Italien herum zerfallen. Besonders die Endphasen der VBC-Lagen pumpen über längeren Zeitraum große Feuchtigkeitsmengen nach Mitteleuropa. Osteuropa tief Bei der VB-Trajektorie handelt es sich um die einzige Zugbahn von Südwest nach Nordost über Mitteleuropa. Sie führt typischerweise zu schweren Stauniederschlägen an Ostalpen, Karpaten und Erzgebirge und Überschwemmungen in den Einzugsgebieten von Donau, Elbe und auch Rhein. Balkantief VC-Kerne ziehen langsam über die Gebirge der Balkanhalbinsel und führen zu Extremereignissen im mittleren und unteren Donauraum. Das moderne österreichische Wetterladenschema der ZAMG unterscheidet die Frühphasen als tief über dem westlichen Mittelmeer. Die Entscheidungsphase der weiteren Zugbahn tief südlich der Alpen. Im engeren Sinne tief auf der Zugstraße Atria, Polen. Und für die VC-D-Routen tief im Südwesten Europas. Dabei hat sich aus der Typologie Bebers in der heutigen Meteorologie nur der Begriff 5b als Spezialfall etabliert. V-Lagen treten gewöhnlich im Frühjahr und Herbst auf, können aber prinzipiell zu jeder Jahreszeit vorkommen und gehören mit nur einigen wenigen Ereignissen zu den selteneren Großwetterlagen Europas. Die klimatologische Ursache für diese Ereignisse liegt in der geografischen Breite, in der die Aktionszentren vom Atlantik her Europa erreichen. Wenn Sie etwa auf Höhe des Alpenbogens oder südlich davon eintreffen, können Sie bei tendenziell südweisender Frontalzone die Mittelmeerroute davon einschlagen. Diese globale Wettersituation bleibt manchmal auch über etliche Wochen in etwa gleich, so dass dann auch ganze Serien von Mittelmeertiefs auftreten. Aufgrund der eintretenden Bodensättigung führt das zu einer ganzen Serie von Hochwässern oder bei Schneemassenereignissen durch starken Anstieg der Schneehöhen ohne Setzung und Verbindung zu großräumigen, hoch lavinösen Lagen. Die Atria-VB-Tiefs wurden erstmals 2014 in einer umfassenden Studie zu Zugbahnen niederschlagsrelevanter Tiefs über Mitteleuropa für den Zeitraum 1950 bis 2010 in einem Katalog erfasst und ausgewertet. Prognosemodelle sehen eine Abnahme von sommerlichen Mittelmeertiefs gegenüber Atlantiktiefs für die nächsten Jahrzehnte, aber eine Zunahme herausragender Extremer mit VB-Charakteristik. Charakteristische Wetterwerte und Phänomene Stauniederschläge Die Mittelmeertiefs pumpen an der Ostseite warme Luftmassen der Sahara über das Mittelmeer. Dort reich hören sie sich meist stark mit Feuchtigkeit an und bilden an den Gebirgen des südlicheren Europa intensiven Stauniederschlag. Das betrifft das kastilische Scheidegebirge und die Pyrenäen, den Apenen, die Alpen, die Dinariden und auch die Rhodopen und anderen Gebirge Südosteuropas. Bei der VB-Zugbahn auch den Karpatenbogen Im Alpenraum und in den nördlich angrenzenden Ländern ist die VBA-Wetterlage wegen der oftmals heftigen Niederschläge gefürchtet. Diese Niederschläge können extrem werden. Beim Elbhochwasser 2002 beispielsweise kam es zu extremem Regen am Erzgebirge, etwa in Zinnwald-Georgenfeld 312 mm in 24 Stunden. Solche Regenmengen führen lokal an den Oberläufen zu teils innerhalb von Stunden ansteigenden Flutwellen und bei großer Ausdehnung der Regenfront an den großen Flüssen zu enormen Wassermassen. Da die Mittelmeertiefs oft wenig schnell ziehen oder gar stillstehen und permanent weiter pumpen, bis sie zerfallen, können diese starken Niederschlagsereignisse auch etliche Tage andauern. Trockenereignisse Ein anderer Effekt sind die noch vor der Kaltfront im Osten nordwärts angetriebenen Luftmassen Afrikas, die sich nicht mit Feuchte anreichern, sondern heiß trockene Südost- bis Südwinde bilden, den Chiroko. Diese können so intensiv werden, dass sie enorme Staubmassen weiträumig nach Europa verfrachten. Augenbildung in extremer Ausformung kann ein Mittelmeertief, ein Hurricane-Taifun-artiges Auge, einen wolkenfreien Bereich im Zentrum ausbilden. Sie bilden sich etwa dann im Mittelmeerraum, wenn ein polarer Kaltluftvorstoß ein austropfendes Cut-off-Tief bildet. In Unterscheidung zu echten Wirbelstürmen sind diese Systeme aber keine selbsterhaltenden Großwetterlagen. Im Allgemeinen treten starke Mittelmeertiefs in der Wintersaison auf. Die Freisetzung der in der Wassertemperatur gespeicherten Energie relativ zur Lufttemperatur, wie auch die Corioliskraft, kann zwar beitragen. Die Zyklone wird aber durch atlantisch-mediterrane oder afrikanisch-europäische Ausgleichswinde angetrieben. Die Augenbildung hält meist nur wenige Stunden an und zerfällt schnell, weil auch insgesamt im Mittelmeerraum nicht genügend Raum für eine konvektive Selbsterhaltung vorhanden ist. Für solche Phänomene findet sich seit den 1980ern der Ausdruck Medikein. Ähnliche Phänomene finden sich im subtropischen Nordatlantik im Bereich Bermudas Azoren-Kanaren. Stürme dieser Art werden im Mittelmeergebiet alle paar Jahre beobachtet. Ereignisse des Typs waren etwa Liste von Mittelmeertiefereignissen Ereignisse vor 1970 Das Magdalenen-Hochwasser von 1342 Das folgenschwerste Hochwasserereignis in Europa in historischer Zeit Wird einer VB-Wetterlage zugeschrieben Mitteleuropa-Hochwasser 1501 an Donau und Oder Winterliche Südstaulage ist etwa verantwortlich für 1951 Die Februar-Episode des Lawinenwinters 1951 mit bis zu 4 Meter Neuschnee innerhalb von zwei Tagen Klagenfurt etwa meldete im März 1951 über 7 Meter Schneedecker 1 9 7 0 2 0 0 0 1 9 8 7 schwere Überschwemmungen in der Schweiz September 1993 Großes Hochwasser von Brick Juli-August 1997 oder Hochwasser 2000 bis 2007 14. Oktober 2000 Hochwasserereignis von Gondo August 2002 Hochwasser in Mitteleuropa August 2005 Alpen Hochwasser 2007-2008 22. März Mit 20 Zentimeter Neuschnee von Osten durch VB auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück durch Tiefpaul der Zweite 22. August Mit sindflutartigen Regenfällen in Niedersachsen und im Sauerland durch Tief Quirinus 6. September Mit 90 Zentimeter Neuschnee auf der Zugspitze und Überschwemmungen in Niederösterreich durch Tief Xaver 27. September VB Tief Faisal II von der Atria über Passau zur Eifel mit Überschwemmungen in Aachen und Umgebung 29. September VB Tief Faisal II von der Atria nach Norden zum Harz die Innerste sprang über die Ufer Die hydrologische Saison 2009 zeichnete sich durch eine abnormhohe Frequenz an schweren VA-VB-Lagen aus Von Oktober bis März waren fast ein Dutzend verschiedener wetterwirksamer Mittelmeertiefs zu verzeichnen 29. Oktober 2008 VB Tief Julieta von Golfedulein über Norditalien nordostwärts ziehend mit dauerigen Bergland-Schnee Ostalpen extreme Föhnströmung 27. November 2008 Ein Genua Tief Tief verbindet sich mit Biskaya Tief Nina und Mitteleuropa Tief Fostine Heftiger Schneefall in Norditalien bis Kärnten und Tirol, Überschwemmung in Venedig Schwer betroffen auch Ludi in der Lombardei und Pordenone in Friol, Föhnsturm in Oberösterreich und Salzburg bis 100 km pro Stunde, 14 Grad in Linz 11. 13. Dezember 2008 Das Biskaya Tief Tiene mit klassischer V-Zugbahn vom 5. zieht am 7. über Zentralspanien und am 10. über Italien Am 12. Dezember ausgeprägter Hochdruckkeil über Frankreich, Südfönströmung über den Alpen bis Südschweden Wieder schwere Schneefälle in Norditalien, der Schweiz, Süd- und Osttirol, in Kärnten über ein Meter Schnee, im Tessin ein halber Meter Schwere Verkehrsbehinderungen mit zahlreichen Sperren, abgeschnittene Täler, Lawinen, Warnstufen bis 4 in den südlichen Kalkalpen Überschwemmungen von Venedig über Rom bis Süditalien, aber auch Schneechaos in Nordspanien und den französischen Alpen Tiene zerfällt über der Atria 12. bis 17. Dezember 2008 Das nachrückende ähnliche Tieferena bringt weiterhin Schneechaos und verstärkt die Überschwemmungen in Spanien bis Mallorca Frankreich, Italien im Alpenraum bleibt es von geringerer Auswirkung als seine beiden Vorgänger Januar, März 2009 folgen noch einige weitere VATB-Tiefs, deren extremstes Orkan Klaus 23. und 25. Januar ist der im Norden Spaniens, Südwesten Frankreichs und Teilen Italiens schwere Schäden verursacht Ein atlantischer Orkan in VA-Zugbahn ist äußerst selten Auch die anderen Ereignisse führen mehrmals hintereinander zu teils Regen, teils Schneechaos in Spanien, Südfrankreich, Mittelitalien und dem Po-Gebiet bis in die Südalpen 23. und 30. Juni Tiefquinten entstanden als Genua-Tief war aber keine eigentliche VB-Lage, sondern ein Höhentief mit ähnlicher Zugbahn Hochwässer mit Spitzenwerten bis 100-jährig im CEE-Raum mit über 20 Todesopfern und einigen 100 Millionen Euro Versicherungsschaden 2009-2010 till ab 5.11. Januar 2010 Daisy ein Tief mit klassischer VAVC-Bahn von der eberischen Halbinsel bis in die Ukraine In Nordspanien schwere Schneeeinbrüche wie seit 25 Jahren nicht mehr Von Nordfrankreich über Norddeutschland gravierende Beeinträchtigungen durch Schneeverwehung und Windbruch mehrere Todesopfer in Folge Ab 7. März führt ein langsam ziehendes Atreativ namens Andrea zusammen mit dem in zwei Kerne zerfallenen Lage stabilen Nordmitteleuropa-Hochisidor zu einem abnormen nordöstlichen Kaltlufteinbruch Der Mittelmeerraum erlebt ein Schneechaos Im Raum Katalonien fällt mehr Schnee als beim Januar-Ereignis Auch Südfrankreich ist schwer betroffen Auf Mallorca sind Schneeketten notwendig Am Appinnen kommen 60 cm Schneehöhe zusammen In Kroatien gar Sturmböen bis 150 km pro Stunde beschädigen zahlreiche Schiffe in Häfen und küstennahe Häuser Sogar ein Todesopfer war zu vermelden Im Nordalpenraum, wo es infolge der fönigen Strömung, die durch den Orkan Xyntia Ende Februar verursacht wurde Zu Temperaturen bis plus 18 Grad gekommen war, fielen die Temperaturen auf bis minus 18 Grad Mai, Juni 2010 Hochwasser der Oder und ihrer Nebenflüsse August 2010 Hochwasser der Lausitzer Neiße, der Oder und der Spree in der Oberlausitz September, Oktober 2010 Hochwasser der Schwarzen Elster und ihrer Nebenflüsse Keine besonderen Vorkommnisse 2011, 2012, 4.9.11.2011 Genua Tief Rolf blockiert durch ein Russland-Hochverlieh Schwere Überschwemmungen in Italien Abnorm hoher Seegang an der Côte d'Azur Temperaturen über 20 Grad an der Alpen-Nordseite durch Föhn Anfang Februar Italien Tief Julia über dem Tyrannischen Meer führt in Zusammenhang mit der Kältewelle in Europa zu Schäkhaus in Italien und am Balkan Schnee bis Mallorca und in Algier 2012, 2013, Ende Mai, Anfang Juni Tiefsfried Erik, Günther Eine abnormziehende und einige Tage ortsstabile VB-Wetterlage sorgte vor allem zwischen Alpen und Erzgebirge sowie in Tschechien für tagelangen heftige Regenfälle und Hochwasser Das hörtlich die Ereignisse 2002 und 2005 übertraf 2013, 2014, Weihnachtsunwetter Im Gefolge des Orkans Dirk über Westeuropa bringt ein kurzlebiges aber starkes Italien-Tief in Norditalien heftige Unwettern und in den Alpen enorme Schneemengen 11.18. Mai Tief Iwette Verharrt und typisch lange über dem Balkan, schwere Überflutungen auf der Balkan-Halbinsel Und im Donau- und Karpatenraum auch schwere Stürme durch ein kräftiges Westeuropa-Hoch und starkes Druckgefälle Juni, Juli Im Laufe des verregneten Frühsommers folgte eine Serie von Mittelmeertiefs, so 29.30. Juni, 22. Juli mit Schlechtwetter um die Atria bis 28. Juli Am 26. Juli etwa wurde in Klagenfurt nach einem Gewitter mit Starkregen das Kärntner Landesmuseum durch Wassereintritt verwüstet Das heftigste Ereignis war das folgende Tiefquintjahr Nachdem es von der Nordsee kommend am 28. Juli im westfälischen Münster Rekordregenmengen Zwei Tote und Schäden von mehr als 300 Millionen Euro hinterlassen hatte Zog es über die Alpen und entwickelte sich in der Folge zu einem Norditalien-Atria-Tief mit Höhentiefcharakteristik Am 29. Juli kam es zu kurzdauerndem intensiven Starkregen mit Überflutungen Insbesondere in Ostösterreich und am 30. im Tiroler Brixental und Salzburger Oberpinzgau in Rumänien forderten meterhohe Flutwellen ein Todesopfer 4.6. und 10.12. November Tiefquendresa und ein weiteres Tief über dem Ligurischen Meer bis vor Sizilien Fünn, teils in Orkanstärke, nördlich der Alpen Schwere Sturzfluten in den Südalpen, Meeralpen und ganz Italien 2014, 2015, 10.11. August 2015 Dieses kleine Tief im Rahmen der Juni-August-Hitzewelle und des Überhitzen Mittelmeeres zeigte eine abnorme Zugbahn Von den Westalpen nach Malta Es führte zu schweren Unwettern in Mittel- und Süditalien 2015, 2016, 30. September bis 4. Oktober 2015 Tiefquirin zog von den Balearen unter Verstärkung am 1. und 2. Oktober über Corsica und Sardinien Es zeigte mit Orkanböen bis 157 km pro Stunde und Niederschlagsmengen von bis zu 250 mm innerhalb zweier Tage Medikain-Tendenzen Letztlich fehlte das Auge Am Abend des 3. Oktober sorgte das Tief in Südfrankreich für Unwetter mit Sturmböen und sehr großen Regelmengen innerhalb kurzer Zeit So fielen in Cannes in 2 Stunden 179 mm Dadurch verursachte schwere Überschwemmungen forderten mindestens 21 Todesopfer 22. April bis 3. Mai später heftiger Wintereinbruch Ein Tiefsystem über Nordwesteuropa und zwei Mittelmeertiefs verursachen durch Kaltluft mit Niederschlag im Alpenraum große Landwirtschaftsschäden Im Raum Südostösterreich 20. Oktober